Was sagt dir ein Aufzug, mit dem wir hinunterfahren? Oh nein! Warum muss ich immer nach unten gehen? Seit vier mag ich keine Aufzüge mehr. Stell doch deine Sentry Gun auf. Hab ich nicht. Wie? 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 Hast du... Was ist das? Oh yeah! Suck on this, bro! Bastille sagt, come and get me. Yeah! 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 Guck mal nach da unten. Hecht Rolle for the win! In Bloodbank rein. Äh! Äh! Heia! Okay, ich schieße mal auf die, die da von oben kommen. Oh, ich lade gerade nach. Ah! Ah! Und wieder Katzen. Nein, das war so schön! Warum hat's aufgehört? Es gibt später was, womit wir uns Zeitlupe forcen können. Yeah! Yep! 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 Ja! Oh, was? Schon wieder Reloading? Ah! Ah! Äh! Ich muss... So, jetzt kommen wir mal zur Partywaffe. Ich muss Aile ehrlich gesagt sagen, dass ich's viel toller fände, wenn die Aliens sofort zerplatzen würden und nicht erstmal so ein, zwei Sekunden noch rumzucken würden. Mit der Schrotgang machen sie's. Dann würde ich direkter sehen, wie viel ich da bollern muss. Oh Gott! Hast du noch ein Medkit? Bin grad am Einsetzen. Komm schon! Frisst das, du Aliens! Komm! Oh, warum kann ich die nicht mehr lehnen? Ah! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Komm in den Kreis! Nein! Nein! Sag nicht, dass ich dich getötet habe! Oh, scheiße! Oh! Na! Mh! 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 Renn einfach raus! Das ist... Du bist... Oh, ran! Du musst einfach nur durchrennen! Ah! 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 Nein! Renn doch! Oh, Mann! Sie haben mich blockiert! Geht's irgendeine Taste zum Rennen oder bin ich gezwungen, so langsam rumzulaufen? Du bist gezwungen, so langsam rumzulaufen. Ich würde sagen, ich nehme doch die Sentry Gun mit. Vor allem bei so einer Verteidigungsmission. Ja, dann würde ich mal sagen, schneide mal raus! Schneide mal raus! Lass die Kerl! Schneide mal raus! Brauche wir nicht! Ja, ja... Dann nehme ich mal die Sentry Gun mit, ne? Und wir spielen das nur auf normal! Total peinlich, Mann! Das ist nicht mal das Schwierige! Es gibt keine Checkpoints in dem Spiel! Checkpoints sind für Pussis! Erstmal machen die ihre Animationen mit PowerPoint und dann sind sie sogar zu faul, irgendwelche Checkpoints zu machen! Gibt es hier eigentlich sowas wie ein unendliches Spawn-System, wo die Viecher einfach immer wieder von Neuem kommen? Ja, ein bisschen was kommt immer wieder von Neuem und die großen Wellen, die... Die kommen halt nur einmal. Aber diese kleinen, die immer wieder spawnen, die spawnen unendlich. Das ist ja doof! Ach, wie wäre es, wenn du eigentlich ein Schweißgerät mitnehmen würdest? Es ist ja aber unnötig, dann kann ich nämlich keinen Medikit für mich mitnehmen. Aber ich dachte, du bist Level als 28 oder 27! Du bist doch so Pro! Du brauchst gar keine Medkits mehr! Oh Gott! Auf jeden Fall, ne? Oh, fuck! Laufen, laufen, laufen! Ach, du Scheiße! Scheiße, was... Was machst du? Nein! Schneide mal raus! Jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, ich kann dich ja nicht mal wiederbeleben. Nein. Okay, schneide mal raus! Wo kann ich denn neu starten? Wahrscheinlich durch Tod. Aber wir sind so Puppis. Aber man muss sagen, das Spiel ist auch wirklich gar nicht leicht. Weil nämlich das Normale ist auch gedacht für vier Spieler. Achso! Und wie ist es dann mit vier Spielern? Werden die Monster irgendwie stärker oder bleiben die einfach so? Ja, gleich. Genau gleich. Das ist ja... Wie? Das ist ja Betrug hier. Nein! Deswegen sage ich, ja, Normal ist eigentlich schwer. Die haben wahrscheinlich festgestellt, oh Mann, ich weiß nicht, wie ich die Monster schwächer machen kann bei weniger Spielern. Also die Engine, PowerPoint-Engine ist echt kacke. Ja, wir können es auch auf leicht stellen. Los, komm, probieren wir es noch einmal so und dann... Ja, ich weiß nicht, wir haben ja eigentlich keine andere Wahl. Und wenn es nicht automatisch leichter wird, wenn weniger Spieler im Spiel sind, dann wird das dezent unmöglich für uns. Ja. Das auf jeden Fall. Probieren wir es noch einmal. Diesmal renne ich nicht voraus. Ich mach das schon. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kann ich mich noch auch an andere Let's Plays von Leuten erinnern, wo ich vor zwei Jahren oder so mal zufällig reingeschalten habe. Die auch schwer waren. Also wo auch die Leute am Anfang voll am Abkacken waren, bis sie mehr Leute eingeladen haben oder die Schwierigkeit umgestellt haben. Ja, das Spiel ist wirklich nicht so ganz durchdacht für zwei Spieler. Oh, was war das denn? Das war total... Er verdreht alles hier. Ah! Oh Mann. Und wir sind auch so zwei Helden. Allein schon bei Magica haben wir uns gegenseitig 20 Mal umgebracht. Ja, aber bei Magica ist es ja auch witzig. Ja, das stimmt. Da gibt's lustige Tode und die Charaktere zerplatzen. Schön. Oh, was ist da los? Oh Gott. Ah! Dieser Damage. OP. Nerf. Wo sind die anderen beiden Spieler, wenn man sie braucht? Oh Gott. Und Blattdruck, wo kannst du hin? Oh, ich glaube, du bist wieder tot. Nein! Oh Gott, sind wir scheiße. Oh, ich lebe ja noch. Ich lebe ja noch. Deine Zeitlupe hat so lange gedauert, dass ich schon gedacht habe, ich war auch schon tot gewesen. Ah! Ja, Mann. Ich glaube, wir stellen um. Ja, ich glaube, dazu muss ich wieder das gesamte Game neu starten, kann das sein? Oh, Mann. Jedes Mal, wenn ich irgendeine andere Sache einstellen will, dann muss ich das komplette Ding runterfahren. Ich glaube, allein die erste Folge wird einfach nur ein Best-of sein oder sowas. Oh, Mann. Ich finde es total geil. Und wir sind erst mal beim zweiten Schwierigkeitsgrad. Leicht, normal, schwer, wahnsinnig, brutal. Wer macht das denn auf brutal? Alter! Warum? Oh Gott! Warum ist dieses Game so hart? Aber zu viert muss man sagen, dass man das deutlich, deutlich besser machen kann. Weil zu viert gibt es halt zwei, die Damage drücken, einen, der heilt und einen, der einen Techniker macht. Und dann geht es voran. Aber so... Ja, jetzt haben wir im Prinzip zwei Klassen, die irgendwie Support-Klassen sind und keinen einzigen Typen der Damage gemacht. Techniker braucht man. Medic nicht. Obwohl Medic halt auch nicht schlecht ist, dabei zu haben. Soll ich mal vielleicht probieren, einfach mal Soldier zu nehmen? Ich könnte da Kettisash mitnehmen. Kettisash? Nee, ich würde sagen, wir probieren jetzt keine verrückten Sachen aus. Ich will endlich dieses zweite Level schaffen. Ja gut, die Minigun macht ordentlich Schaden. Aber wenn du eine Sentrygun mitnimmst, nehme ich keine mit. Nee, nee, warte, ich weiß nicht, wie man Sentryguns bedient. Warte kurz. Die steh mal einfach auf. Ich nehme einfach eine Schrotflinte. So, los. Ready, 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 fuck yes. Auf geht's. Nein, Level 1. Äh, hä? Schneide mal raus. Ich musste ja die zweite Mission einstellen hier. Scheiße. Nein. Warum hat er mich in die zweite? Hä? Cargo Elevator? Warum habe ich plötzlich so viele Missionen hier zur Auswahl? Vielleicht will ich es schon durch haben. Cargo Elevator da. Das hört sich doch danach an. Ich habe mich gerade gewundert. Kampagne, Jacob's Rest. Und ich dachte, hier muss ich was anderes auswählen. Schwierigkeitsgrad nicht vergessen? Leicht? Ich glaube, die ersten Folgen sind so witzig. Ich glaube, ich muss die erste Folge allein schon irgendwie eine halbe Stunde lang machen und da die Hälfte rausschneiden. Oh, Mann. Okay, du kannst, du kannst joinen. By the way. Oh, ich muss was trinken. Ich glaube, ich habe auch, ich habe auch gerade eben die Flasche in die Hand genommen. Oh, mein Hals ist schon ganz trocken, Mann. Oh, Gott. Okay, jetzt aber. Concentration. Volle Power. Oh, look. Volle Power. Oh, ist das mit der Minigun geil. Ja, ne, das rockt ganz schön, ne. Habe ich irgendwie Auto-Aim oder sowas? Ne, ich habe Auto-Aim. Ich mache mal den Rücken frei und du räumst selber vorne. Ja, ja, ich räume einfach mal auf hier. Scheiße. Ey, das ist voll geil mit dem Ding. Ja, deswegen sage ich ja, eigentlich braucht man noch welche. Oh. Ich halte den Rücken frei. Jawohl. Kommt raus, ihr dreckiger Mistviecher. Die Formation beibehalten. Wir haben eine Formation. Ja, ich, ich, ja. Zwei Richtungen halt. Was war das? Was war hier nochmal? Ach, Selbstheilungspaket. Ey, noch keinen einzigen Lebenspunkt verloren mit der Klassenkombination. Was ist da los? Achtung. Ich bin ein harter Krieger. Let's rock this shit. Gott, wie das jetzt gut läuft. Es wird mir ein Anliegen, dass wir es auf leicht geste... Nein, nein, wer will... Nein, nein. Das hat dich schon wieder verdrängt. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir es auf leicht... Du musst die große Munition nehmen. Achso. Oh, sorry. Ach, der kriegt sogar wieder extra einen Munitionspack dafür. Halt, halt. Ich habe ein kleines bisschen Leben verloren, ja? Von meiner Minigun auch noch. Ja, du Sau. Nein. So, jetzt aber will ich hier nochmal ein bisschen hier Slow-Mo unnötigerweise haben. Achso, ich darf nicht vergessen, dass ich noch eine Schrotflinte habe. Jetzt geht's ab. Naja, hoffentlich nicht so wie das letzte Mal. Ich will nicht... Alle... Ich glaube, bei leicht können wir uns eigentlich schon zurücklehnen und müssen gar nichts mehr machen, wenn die Minigun so rumballert. Ist das eigentlich mein Magazin auf dem Rücken, was so rund ist? Äh, keine Ahnung. Das ist voll komisch, aber es sieht geil aus, weil es leuchtet. Wie die Minigun einfach alles tötet. OP das Ding. Ja, und jetzt? Ja, ich bleib mal hier stehen, ne? Ich spare mal etwas Munition. Ich hole die ganzen Aliens runter, bevor sie bei uns auf der Plattform ankommen. Ja, aber ohne... Ich sehe noch nicht mal, wie die Aliens ankommen auf der Plattform. Ich muss echt an den Rand der Plattform laufen. Yes, ein Kill für mich. Ja, ich schieße ja auch einen Großteil kaputt, bevor sie ankommen. Die müssen ja erst langklettern. Ach so. Da musst du eben mit deinem Ding ins drauf zielen. Finde ich eigentlich, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Auto-Aim in meiner Waffe. Ah, jetzt geht's. Sobald sie so eine gewisse Höhe erreicht haben, kann ich's machen. So. Jetzt hoffe ich aber mal, dass... Garantiert wird's immer irgendjemand in den Comments geben. Also, mein Kumpel und ich haben das auf der höchsten Schwierigkeitsstufe zu zweit gespielt. Aber... Da gibt's einen wichtigen Aspekt. Ihr seid nicht wir. Ja, ganz genau. Also, erstens mal... Müsst ihr nicht die ganze Zeit nebenbei reden und habt ständig einen Lachkoller, der euch davon ablenkt. Oh yeah! Ich roll mich in das Alien rein! Ich kriege ja SMS, hä? Was? SMS? Du auch? Ja. Ich bin gerade in meinem Hintergrund. Im Hintergrund bei mir gerade... Mäb, mäb. Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Nein, ich komme nicht durch das Tor. Ich bleib an der Ecke hängen. Yes! Wir sind so gut. Gott, sind wir geil! Nur beim fünften oder sechsten Versuch schon geschafft. Ja, ich hab wieder mehr Punkte als du. Obwohl dein Geschütz alles abgeknallt hat. So, Achtung, PowerPoint-Animation! Ofzarge-Achtung! Vielen Dank.